Janos, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Sehr gut, ich freue mich hier zu sein und freue mich auch auf die nächsten Monate und Jahre bei dem Verein spielen zu können. Erster Eindruck, sehr familiärer Verein, ein Verein mit klaren Zielen und einer guten Spielphilosophie. Was ist deine Position? Ich bin ein rechter Verteidiger mit einem Drang nach vorne, sehr offensiver rechter Verteidiger. Ja, das würde ich so sagen. Woher kommst du? Ich komme aus Hamburg, in der Nähe von Hamburg. Das ist Schenefeld, ein kleines Dorf nebenan. Wir sind aber nur fünf Minuten nach Hamburg. Ich bin auch groß geworden. Ich spiele seit der U12, seitdem ich elf bin, bei St. Pauli. Und in der Zeit, wo ich viel gelernt habe, wie gesagt, seitdem ich klein bin, bin ich da, habe jede Station durchgelaufen, jedes Jahr viele Trainer kennengelernt, habe da auch meine ersten Spielminuten oder meine ersten Einsätze als Profi bekommen, mich da entwickelt jetzt auch in den letzten Jahren als Spieler und als Mensch. Ja, so würde ich das sagen. Ja, was sind deine Erwartungen hier? Erwartungen? Ich erwarte, dass wir mit der Mannschaft eine gute Saison haben, viele Spiele gewinnen, Spiele mit den eigenen Fans auch feiern können, dass wir nach den Siegen auch zusammensitzen, zusammen feiern können und genau, dass wir uns als Mannschaft hier wieder in der Liga zurückfinden und auch in der Liga ganz klar bleiben und auch da unsere Ziele haben. Danke. Gerne.